willkommen zurück liebe leute zu trials fusion wir machen jetzt weiter hier in der streckenzentrale mit den custom maps gehen direkt die nächste an just a track mal sehen hört sich jetzt nicht so brauschen an muss man schon mal sagen vom detail her aber vielleicht überrascht es uns ja mit einem optischen kniffen oder sowas wer weiß wer es soll auf jeden fall eine einfache strecke sein deswegen mal sehen ok es soll eine übel was steht da oben was war das kann man das noch mal sehen irgendwie was ist das für ein ding oh nein egal scheiß drauf auf den feld ich will das ding nochmal sehen was ist das also das ist eine einfache map ach das ist ein floß auch gott alles klar okay ich hab das ich hab das schildkröten bild vermisst hat er die tonne selber angetan damit das ist egal okay aber mit leichten strecken im vergleich zu den single players ist nicht so vergleich das finde ich schon ein bisschen einschiffsvoller aber geil auf jeden fall eine richtig geile map zum auftakt leute oder was meine den rette ich noch es auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall ist die geil richtig geil hier wo auch scheiße ok damit habe ich nicht gerechnet jetzt ich bin so schnell hier vorbei gerast ich bin so schnell hier vorbei gerast ich und mein motorrad ok die war richtig geil geile auftakt so kannst gerne weiter gehen du musst doch viel weiter oben sein leute was da los cargo wing ok ist schwer ziehen wir uns trotzdem mal rein mal sehen was sie zu bieten hat ein bisschen oh man schon wieder diese scheiß motorrad habe ich das echt nicht freigestellt vielleicht vielleicht mache ich das noch vielleicht noch nicht ich nehme jetzt die ganzen folgen wie euch vielleicht merkt alle hintereinander auf deswegen ziehen wir uns erstmal solche strecken rein man machine future ich hab nen richtig geilen text man machine future oh shit ach du scheiße wir sind im eil oh Leute wir sind im eil oh man soll das so abgehackt sein an diesen stellen zum beispiel dass man so unglatt sag ich mal hier hoch fahren kann da habt ihr es gesehen das soll wahrscheinlich sein oder uhr alter ok die kamera ist vielleicht dicken zu nah dran man sieht gar nicht wo man hin fliegt teilweise Boah, ich dachte, ich knall da oben dran Wow Wow Was geht hier ab? Wow Oh Gott Den musst du doch schaffen, den Jamb Scheiße, Mann Oh mein Gott Was ist denn los, diese kleine Scheißkante Die gibt mir den Rest hier, ey Die bumst mich weg Das kann einfach nicht sein, jetzt aber Jetzt, jetzt, jetzt Das kann nicht wahr sein, ey Hier wurde wieder Skill in Perfektion präsentiert Wo bin ich? Ich dachte, das wäre das Ende ohne Scheiß Boah, diese kleinen Kanten, war Junge, was ist denn los? War das eine schwere Strecke? Das war doch nur eine Mittelstrecke Ich stelle mich wieder unfassbar dämlich an Oh oh, oh oh Nicht auf meinen Kopf fallen, bitte Es geht ja immer weiter Ohne Scheiß, was hat der Typ da gebaut? Na Kommen sie bitte Yes Ne, das, das kann nichts Ja So Ach, wieso muss ich das denn nochmal machen? Gib mir doch dazwischen nochmal ein Checkpoint Das kann doch niemals eine mittlere Strecke sein, oder? Oh, da bin ich echt einfach so schlecht gerade Musste ich den Trick machen, um es zu schaffen? Keine Ahnung Alter, ich bin so schlecht gerade mal wieder Junge, reiß dich mal zusammen So eklig schlecht kann man gar nicht sein Das kann nicht, was ist Doch, ich kann so schlecht sein Das kann doch nicht, was ist Ey Manu Na endlich, ey Wuuu Ich bin der Beste, Alter So, jetzt soll es aber Wenigstens ein Checkpoint Oh Gott Ich habe sogar noch gerettet Wer hätte das gedacht Also so, was ich jetzt von dir nicht gedacht Ich kenne dich ja Bist du Bist ein Nude bist du Ja, steht anscheinend auf diese Backflips Willst du noch einen einbauen? Oh mein Gott Oh mein Gott Das kann einfach nicht wahr sein Ich glaube, das war bisher die aufwendigste Map, die sehr richtig geil gemacht wurden Welcome to the future War bestimmt eine extreme Strecke, oder? Oh, schnell weg, schnell weg Nein, das war nur eine Mittelstrecke 100 Meter, 110 Meter Höhe Okay, alles klar Was können wir uns darunter vorstellen? Welcome to the future Ach, dieser scheiß Ohrwurm, ey Man, Machine, Future Okay, alles klar Okay, alles klar Okay, alles klar Wow Ähm Ja, komm Ich kann mich nicht entscheiden Ich lass es mal Die Idee dahinter ist ja eigentlich ganz nett Aber ist ein bisschen wenig, ja Was haben wir da? Eine schwere Strecke Nein Keine schwere mehr Die schaff ich doch nicht Ich bin doch so schlecht Man, nur Man, Machine, Future Welcome to the future Oh ja, reicht doch jetzt Hör auf jetzt zu singen Dein Maul, einfach halt Der Maul Fahr jetzt Ach du Scheiße Nein, warum suche ich mir immer so schwere Strecken raus Ich will doch gar keine schwere Strecken mehr fahren, ey Dafür habe ich mir doch die Streckenzentrale rausgesucht Jetzt mach doch mal Hinterrad-Action Junge, Hinterrad-Action Na, das ist ein bisschen extrem vielleicht Nein Ja, geil, oder? Oh, leck mich doch Ich habe keine Lust auf so Schwere Strecken Man, nur Ich schaff die doch nicht Sieht man ja, oder? Man sieht es doch Ich schaff die doch nicht Nein, Alter Also Ihr seht schon, was ich meine Ich schaff die doch einfach nicht Scheiße, ich sag, das klappt nochmal Oh mein Gott, ey, komm Nee, ich nehme lieber eine andere Map Oder? Leute, ohne Scheiße Was sind das für Strecken hier? Was sind das für Strecken hier, Alter? Willst du mich verarschen? Wow, genau solche Strecken wollte ich doch entkommen Keine Lust mehr auf die Strecken Ich habe nämlich in den Custom Maps Habe ich keinen Anspruch an mich selbst Da irgendwie Die auch zu packen Was ist denn passiert nämlich sowas? Ach komm Ach komm, Alter Hör mal auf jetzt hier Nee Alter, die letzte Steigerung Muss natürlich auch noch drin sein Als wäre das nicht schon steig genug Man Machine Future Nee, ich schaff das nicht Ich habe keine Geduld dafür Nee, ich habe echt keine Geduld dafür gerade Ich habe auch gar keinen Bock drauf Komm, ist mir zu schwer Blablabla Du hast es nicht geschafft Rocky Run Sag mal, denn haben wir nicht noch irgendwas optisch richtig Geiles Was uns anspricht? Das wäre Das sieht ziemlich cool aus Was ist das? Okay Was ist das? Okay Man Mischi 8 Bit Trip Okay, da ziehen wir uns rein Mario Level 1 Okay, da ziehen wir uns rein Komm, das hier muss noch rein 14% Daumen runter Okay Mal sehen, was die kann Vielleicht schaffe ich sie ja sogar Das ist wenigstens eine einfache Strecke Wer weiß Vielleicht packe ich die ja Oh mein Gott Willst du mich verarschen? Ja, alles klar Mehr als Vollspeed da hochfahren kann man auch kommen Oh mein Gott Das sieht irgendwie Alter Ohne Scheiß jetzt Ohne Scheiß jetzt Das kann doch nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Das war schon alles Es war irgendwie eine coole Idee Wie die Sachen aus dem Bogen gekommen sind Aber es war komisch zu fahren dadurch Als wenn es ruckeln würde Komm, eine Eine gebe ich noch dafür Eine tue ich noch in die Folge hier rein Weil ich die eine da übel verkackt hab Schauen wir mal Maru Level 1 Man, Machine, Future Alter, doch die Klappe jetzt Level 1 Oh Gott Langsam fahren Das ist ja auch mein Ding hier Alter, das war fies Aua Mann, Mario Ich hasse dich so sehr Ich bin zu ungeduldig Ich bin zu ungeduldig Das ist mein Problem Alter, willst du mich verarschen? Das kann nix, wahr? Das kann einfach nix Ey, das kann ich noch retten Der scheiß Goomba Ne, wie heißt der? Goomba, ja Oder? Hieß der Goomba? Heißen die Goomba? Der bricht mir das Genick Ich muss irgendwie über den kommen Aber dann kurz anhalten Das ist doch nie und nimmer Eine einfache Strecke Das kann mir doch keiner erzählen Goal Level 2 Ja, ist okay gewesen Naja Der Style war irgendwie ganz cool So plastisch oder so Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll Sieht auch ganz nice aus Na gut Leute Das war es jetzt aber erstmal Für diese Folge Ah, eine Wipeout Strecke Alles klar Was haben wir hier noch? Das war es schon Weiter geht es nicht nach unten Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal Dann werden wir auf jeden Fall die zum Beispiel mal ausprobieren Hier auch Child's Play Child Night Ride Desert Bays und so weiter Die sehen eigentlich ganz cool aus Und deshalb hatten wir die nicht schon? Ne, hatten wir nicht Die hier auch Die sieht optisch auch ziemlich cool aus Na, wir werden sehen Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst eine Bewertung da Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein Haut rein Und tschüss